Hey, kleinen Santschne, was geht? Es war wieder länger her, dass ein Video hier kam. Ich genieße die Weihnachtszeit und die Entspannungszeit mit meinen Kindern tatsächlich. Und streame einfach nur täglich. Jetzt mache ich mal wieder was über den Kanal. Heute gibt es was aus dem Stream, und zwar Mini Motorways. Das habt ihr mir gezeigt. Ich glaube, der Bram spielt das auch sehr gerne. Der hatte das auch im Interview erwähnt. Heute spiele ich das. Aufgabe des Spiels ist ganz leicht. Ihr bekommt Straßen und Brücken. Und Kreisverkehr und Autobahn. Und müsst ein funktionierendes Straßennetz bauen, um Gebäude zu versorgen. Mit diesen lustigen Punkten. Und dann spielen wir diesem Spiel um einen Highscore. Und das war's. Good luck have fun. Brum, brum. Motorways ist ein Spiel, Leute. Da braucht man Intelligence, Speed, Klugheit und Geschwindigkeit. Brum. Wie smooth die Autos hier lang fahren. It's fast. Fast. Fuck. Beim letzten Mal haben wir verloren. Du hast einen Fehler im Spiel. Danke. Mima, Molle. Im Moment will man im Stream vorsprungeln. Heute halt, dass es schneller geht. Na gut. Können wir mal. Aber ich mach dann ganz schnell auch die Stopptaste. So, Kreisverkehr. Sie nennen mich Kreisverkehr Markov. Leute, weil niemand so viel Verkehr hat wie ich. Steh doch. Oh, jetzt geht's los. So. Now it begins. Wir machen jetzt hier so ein Circle-Turk rein. Haben wir eine Bridge? So. Also eben hier eine Bridge. Dann haben wir hier Circle-Turk rein. Dann haben wir hier Circle-Turk rein. Seht ihr das? Wie ich das hier mache. Oh, Jesus. Das ist RNG-based Gameplay, Leute. Das ist der Vater von TFT. Okay. Das ist Mini-TFT, ist das. TFT-Waze. Jetzt diese Kreisverkehr. Hä, das ist beautiful. Ihr wisst nur, jetzt muss man mal gucken. Wer ein Gehirnbesitz merkt, dass wir langsam raussuchen. Seht ihr das? Wir sehen hier immer mehr von der Schrift. Das Game versucht uns etwas mitzuteilen. Jetzt wird's schlimm. Weil ihr merkt, wir haben noch eine Bridge. Auf was reimt sich Bridge? You know it, and I know it. So. Wir schicken alles über diesen epischen Kreisverkehr. Und noch eins. Und rein. Seht ihr, wie das geht? Bridge, richtig. So. Ampel. Zwei Ampeln oder eine Bridge. Immer mal zwei Ampeln. Ampeln können richtig gut Kreuzungen regeln. Werden wir aber nicht brauchen. Das ist ein siebenfacher Kreisverkehr. Berlin geht das. So, läuft alles smooth. Oh shit. Bald wird's hier gefährlich. Bald werden wir hier eine Ampel brauchen. Aber da das alles gelbe Autos sind, ist alles noch gut. Jetzt wird's gefährlich. Haben wir noch eine Bridge? Nein, haben wir nicht. Okay. Wir sind jetzt bald in der Danger Zone. Noch eins. Guck mal, das hat sich schon selbst angelegt. Bald werden wir... Oh Jesus. Kann ich da oben lang? Nee. Bridge is needed. So, wir werden hier wahrscheinlich auch eine Ampel platzieren müssen. Hier eine Ampel. Ampelin. Kennt ihr, kennt ihr die Schauspielerin Ampelina Jolie? So. Okay. Stop it. Sieht gut aus. Das läuft richtig gut. 1000 Punkte ist das Ziel. Ampeln sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. Terrible. Das sind Ampeln. Ampeln sind das Böse. So, ist was Neues gekommen? Sehr lefter des Moves. Oh Jesus. Aber es ist ein halbwegs gutes Positioning. Ich werde die Straßen immer wieder neu setzen und verteilen. Deswegen ist alles cool. So ist das besser. Oh shit. Autobahn. Autobahn. Sehr gut. Fast and fluent. Aber wir machen mit Ampeln. Wir machen heute mal Ampel Gameplay. Das heißt, wir hauen hier nochmal eine Ampel hin. So eine Sicherheitsampel. Und dann läuft das. Der sieht gut aus, ne? Alles verbunden. Das ist gefährlich. Was ist denn mit ihm? Wo wohnt er denn? So, wir werden wahrscheinlich hier irgendwann auch eine Ampel brauchen, ne? Sieht gut aus. Nein! Das ist aber fies jetzt. Ich habe keine Brücke. Wie soll ich denn da hin? Terrible Game Design. Ich habe keine Brücke. Autobahn. Wir machen eine Autobahn. Autobahn hat doch automatisch Brücken, oder? Looks good to me. So. Leute, es läuft. Brücken abreißen geht nicht. Das Graue ist ja viel zu fischend. Oh Jesus. Der wird immer größer. So schießt. Die Ampeln regulieren sich tatsächlich halbwegs sinnvoll. Das hätte ich jetzt erstmal nicht expected. Die chillen ja alle. Boah, jetzt aber noch eine Autobahn. Leute, es passiert zu viel. Jetzt wird es aber hektisch. Jetzt wird es aber hektisch. Kommt ihr noch mit? Kriegt ihr das noch hin? In eurem Gehirn. Oh, jetzt da oben. Das ist jetzt so eine richtig große geworden. Oh. Jesus. Hier ist es richtig Stress. Das ist doch Todesstress. Oh, noch geht's. Weil ich das auch überragend gut mache. Es ist nur möglich wegen dem hier. Der Cortex. Hier sieht es gut aus. Guck mal, wie ich die alle abhole. Ich habe noch eine Autobahn. Guck mal, wie ich das mache. Guck mal, das Speedrun, Leute. Alles, was ich anfasse, ist ein Speedrun. Von hier oben brauchen wir auch eine Autobahn. Da. Brauchen wir bald eine Autobahn. Brauchen wir eine Autobahn. Das sehe ich doch jetzt schon. Oh, shit. Die A2 kommt hier hin. Perfektion. Perfektion. Oh. Ja, das ist ausbaufähig. Was ist denn das denn? Also hier ist, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist Lebensgefahr. Aber noch geht's. Das hier ist gefährlich. Auf zum Glück haben wir die Autobahn. Weil wir sind bei 500 Punkten. Das ist schon viel. Oh. Keine Sorge. So. Oh, da ist noch, da ist noch so ein Haus. Oh, Jesus. Guck mal, die lieben sich. Oh. Oh, Jesus. Oh, nee. Das ist, das ist unrealistisch. Stopp. Es. Stopp. Der wohnt hier in der Autobahn. Keine Straßen mehr. Jetzt haben wir ein Problem. Was mache ich jetzt? Also das ist gefährlich, ja. Auch mehr violette Autos. Die hupen hier. Ach, hier eine Triple Ampel. Oh, oh. Hier ist Kölner. Die Häuser brauche ich nicht alle. Aber den hätte ich schon gerne, ja. Brauchen wir, brauche ich. On the Bridge. Was ist los? Warum, 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 das ist das Geräusch so traurig? Okay. Das war gut. So. Also das wird jetzt hier versorgt. Mach alles verloren. Oh, ein Circle Jerk. Der passt aber nirgendwo hin. Dieser Kreisverkehr, ey. Der nimmt so viel Platz ein. Kein Wunder, das... Oh, was ist denn das für ein Ghetto? Oh, das müssen wir aber ganz schnell connecten. But how? Oh, das macht gar keinen Spaß mehr. Das ist... Äh, nee. Also ich kann das hier nicht machen. Oh, noch ein Blaues. Leute, es macht keinen Spaß. Es hat auch... Es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Spaß, Mann. Es hat richtig schnell aufgehört, Spaß zu machen. Okay. Machen wir noch eins. Also. Fangen wir mal so an. Wir versuchen jetzt... ...ernsthaft zu spielen. Okay. Also die Idee ist... Wie viel... Der produziert zwei Autos. Wie... Wie oft... Also ich glaube, ich darf nicht alle Häuser verbinden. Leute. Man darf nicht alle Häuser verbinden. Das geht nicht. Das ist zu krass. Aber manchmal verbinden sich die Häuser automatisch. Kann ich Häuser abreißen? Kann ich nicht. Ist unrealistisch. Ist unrealistisch. Minimotor-Waze-A. Es steht da, wie viel der produziert. Drei Häuser im Dreieck, später mehr. Das ist hier bei Kreisen. Straßen. Baustraßen, damit Häuser nicht... ...spawn können, wo du willst. Wenn ich will. Das ist doch scheiße. So, oder was? Ja, Kreisverkehr. Der ist immer so alles so tight. Das ist nämlich schon Wursten. Aber da habe ich ja fast... ...fast Bock auf TFT. Gute Strategie ist, Farben voneinander zu trennen. Wie soll ich denn hier die Farben trennen? So, wir nehmen jetzt... ...wir nehmen jetzt den Kreisverkehr. So soll ich jetzt spielen, oder was? Das ist das richtige Gameplay. Schön gewusst. So. Jetzt muss man schon überlegen. Weil der Eingang ist dann nach oben. Musik klingt auch so traurig. Und ist rechtwinklig wichtig, oder nicht? Das ist unrealistisch. So, guck mal, das ist doch zum Beispiel ein blitzter Quatsch. So, guck mal, das ist doch. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist doch ein Haus. Das ist doch ein guter Kreisverkehr, oder? Ja. Der ist gut. Ich könnte es ruhig sagen. Brücke. Wir brauchen noch eine Brücke. Früher oder später. So, ich mache jetzt quasi das, damit nichts passiert. Der Kreisverkehr kann ich hier nicht hinsetzen, weil das ist zu wenig Platz. Der kann gar nicht so oft, der kann gar nicht so gut hin irgendwo. Oh, Jesus. Nehmen denn die Autos automatisch den guten Weg. Aber wenn die Straße voll ist, gehen die dann auch hier lang? Das ist dann eh die Kreuzung hier, ist ja dann das Problem, ne? Wie ist denn das so? Muss man auf jede Kreuzung was bauen? Das ist schwer, Leute. Das ist ein schweres Game. Du brauchst ein Brain. Du brauchst ein Brain. Du brauchst ein Brain. So eine Autobahn ist echt schon sehr nützlich gewesen, ne? Oh, das war's. Oh, das war's. Das ist auch immer. Eventuell nicht schlimm, ne? Weil dann versorgt das eine Haus die ganze Zeit das Ding. Oh, Jesus. Okay, das ist gut hier oben, ne? Ist es gut? Keine Straße mehr. Deine Mutter. Autobahn. Autobahn ist broken, ne? Na, das sieht doch aus wie Arbeit jetzt. Keine Kreuzung und Wohnhäuser, ne? Das ist ja auch nicht. Da war eine dritte Brücke, ja. Wie Spandau ist es, ja. Brauchen mehr Brücken. Also das hier ist ja übel unterversorgt. Das wird doch hier bestimmt so irgendeinem anderen Shit. Früher oder später. Kann ich grau alles oben lang machen? Das ist ja alles wie zu nah. Die Eingänge sind ja schon direkt beieinander. Die verbinden sich ja automatisch. Wenn ich hier eine Straße hin mache, egal in welche Richtung, verbindet sich das? Vielleicht so gerne, dass es noch eine Straße brennt. Hier ist. So, mach mal. So. Ja, man braucht ja Superbrain. Eigentlich grau alles über Nord machen. Das geht nicht. Das glaube ich nicht klug. Jetzt gucken wir mal, wenn wir den nächsten Kreisweg ja hinheaten. Ich habe das Gefühl, es würde irgendwann hier so sein. Oh, Jesus. Das war's. Das ist so ein ganz schlimmes Ding. Die Runden. Die Runden sind ganz... Oh, Jesus. Das war's. Bei den Runden. Da wird richtig gepumpt. Ampeln. Ich brauche eigentlich noch eine Bridge. Wir kommen leider über einen Britney Bitch. Nicht drum rum. Irgendwann haben wir noch eine Autobahn. Wir wollen, dass ich das komplett über den Norden mache, ne? Was war dann so? Kann ich hier noch einen Kreisverkehr hinzimmern, oder? Oh, keinen. Leute, ihr habt mir keinen Kreisverkehr gegeben. Das ist doch so ein Spiel. Das kann man bestimmt gut mit Twitch verbinden. So. Bisher sieht das sehr gut aus. Aber dann irgendwann kommt dieser Moment, wo das Spiel völlig durchdreht. Wollt ihr besser geschlossene Systeme haben? Du kannst spawnen auf blockierende Straßenbahn. Ja, auf die Straßen blockieren habe ich keine Lust. Wollt ihr das jetzt so quasi machen, oder? Ja, einmal so. Oh shit, das war's. Das war's, Leute. Jetzt brauchen wir Konzentration. Also hier mache ich einen Kreisverkehr. Habe ich nicht Bock. Kann auch sein, dass es eine Autobahn sein muss. Oh, bisher fährt es sich hier oben ganz gut. Oh shit, it's a circle now. Das war's. It's a circle. Das ist ja noch vor dem Chaos. Das findest du Chaos, Bruder. Das ist absolut fantastisch bisher. Oh, Jesus. Jetzt wird's gefährlich. Kreisverkehr. So, der muss da, aber da runter müssen auch welche. Oh shit. Oh, jetzt wird's gefährlich. Darunter müssen ganz schnell viele. Das müssen wir, denke ich, über eine Autobahn lösen. So. 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 Das ist klug. Das ist sehr intelligent. Doch ist es. Was ist das denn? Keine Bridge. Keine Bridge. Keine Bridge. Keine Bridge. so hier glaube ich oh jesus das ist gut naja ist gut wir machen ja wie das ist holland holland auch noch ein kreisverkehr da oben da wir sind schon bei 280 punkten ich glaube twitch rekord ist bei 400 danach kann ich glaube ich schon absolut keine größe instant ins guinness instant guinness mal die da die auch was was ja können wir machen die einige häuser schleichen sich so richtig an ganz langsam oder autobahn wieso chillen die hier jetzt so viel zu tun fahrt hier runter oder dahin was ist euer problem weil die müssen doch gucken jederzeit kann irgendwas passieren aber wir haben ja so viele kleine ghetto ist das richtig wir müssen autobahn nehmen kommen die autobahn ist wie cheating ok oh will uns jetzt abmurksen. Weil es gehört hat. Rekord. So, wir brauchen ganz viel Gelb. Gelb läuft hier eigentlich ganz gut, aber hier unten... Oh, noch mehr Gelb. So. Das läuft ja alles noch hervorragend, aber wir müssen, glaube ich, hier eine zweite Autobahn dran wuchten. Die Autobahn können wir ja sehr flexibel gestalten. Wir gucken mal, wir können die auch jederzeit wegmachen. Jetzt wollen die aber dort auch arbeiten. Das ist die doppelte Autobahn. Eigentlich hier so. So. Dann ist hier noch ein bisschen. Noch ein Haus. So, die rosa und chillen übelst, weil das so ein krasses System ist. Weil die grauen lasse ich hier arbeiten und dann führen die aber alle hier oben lang. Ich mache das schon mega gut. Oh, noch eins. Das muss aber auch hier so ran. Die wohnen direkt an der Autobahn. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Looks really good. Die Gelben chillen da noch. Weil sie wissen, das System ist so gut. Ich komme sowieso auf Arbeit. So, hier ist gefährlich. Da ist alles grau. Das ist der rosa. Sieht gut aus. Looks good to me. Oh. Null. Noch ein Kreisverkehr. Müssen wir aber gucken, wo jetzt hier Knotenpult. Also das hier wird wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich später übergrast. Aber es geht nicht. Scheiße, es ist verwandelt. Transformed. Ich glaube, die Autobahn brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier einen Kreisverkehr. Der. Oh. Da oben. Alter, da oben ist ja richtig Party. Also hier. Hier fly bald auch wieder eine Auto. Oh. Nee. Nee. Ha. 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 Hold up. Hold up. Wait a minute. Das wird sich anders nicht lösen lassen. Usch. Das wird einmal so quer durch. Das Haus da unten ist auch sehr gefährlich, das gelbe. Aber ihr habt gesagt, das Spiel ist klug. Das heißt, nur die gelben Autos fahren nur dahin. Und die anderen Autos fahren alle hier so hin. Aber das hier. Wenn das jetzt so richtig irgendwann durchdreht. Wenn die alle, wenn die alle, 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 am Mittwoch, naja, also spätestens Samstag ist hier kompletter Stress. Aber es sieht gut aus. Aber es sieht gut aus. Sieht recht gut aus. Ja, manche denken, die A2 bauen müssen. Ja. Hätten sie mal dort nicht so ein Dorf hingepflanzt. Alter, das ist ja richtig viel. Junge, geh arbeiten. Oh, wie die die Autobahn hier auch nutzen. Oh, hier brauche ich unbedingt eine Ampel, oder? Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Ampel. Hier ist jetzt, hier ist zu viel Zoff. Oh, hier ist auch nochmal gelb. Das ist gefährlich hier. Das ist eine ganz, das ist, das ist so ein Verkehrsinfarkt. Bisher mache ich das überragend. Wir sind bei 600 Punkten. Hier ist ein bisschen scheiße. Noch eine Autobahn. Ich denke, die Autobahnen sind unsere lebensrennenden Maßnahmen. Also hier ist gefährlich. Wir brauchen hier eine bessere, aber die haben auch nur einen Eingang hier. Das ist halt, weil so Doppel-Eingänge sind. Hier, das ist, da brauchen wir mehr. Ja, diese Häuser hier, diese Rosanen. Fahr mal da oben lang lieber. Du auch. Damit das hier so ein bisschen entspannter wird. Oh, da, da. Oh, nee. Oh, nee. Noch eins. Jetzt los. Ab 6, oh. Ab 600 drehen die, drehen die komplett am Rad. Oh, ich werde mal mehr. Der Grauen. Wir müssen, der Grauen braucht Hilfe. Aber die haben schon die meisten Kreisverkehre. Die sollen mal ihre Fresse halten. Der Grauen. Der, der Blaue. Ihr müsst doch zur Arbeit fahren. Die müssen hier so komisch runter. Die brauchen doch einen Eingang. Ich brauche hier eine Ampel. Das schneidest sehr gut, wie ich das mache. Kreis. Oh, okay. Das ist Belantis hier. Direkt an der Autobahn. Oh, die blauen Autos müssen ganz woanders lang. Die blauen Autos stören hier. Die stößen den Fakt. Wir brauchen hier eine Bridge. Biggest Bridge EU. Wenn das Auto jetzt nicht hier über die Bridge fährt. Rastisch aus. Es fährt nicht über die Bridge. Was ist das? Ich sehe das nicht mal. Überhaupt nicht den klügsten Weg. Wie ich das mit der Autobahn gelöst habe. Aber die vorne hier, hier lang. Das sollt ihr nicht. Dieses eine gelbe Haus hier. Das interessiert keinen. So. Was macht ihr hier? Ampel. Grau. Das Graue ist da oben, Mann. Hier ist noch mehr. Aber hier ist ja alles trist. Wer wohnt denn hier? Noch ein graues Haus. Wie, keine Straßen. Fast 2000. Das ist komisch hier, ne? Oh, ist auch nicht komisch. Eins Straße habe ich. Könnt ihr bitte violett arbeiten? Ihr habt eine Autobahn. Ey, jetzt komm. Was ist der nächste Donnerstag? Könnt ihr bitte hier hinfahren? Wir haben es fast. Wir haben es fast. Es ist Freitag. Es ist schon Freitag. Sieht gut aus. Das hier ist ein bisschen tight. Aber das werden wir sofort lösen. Mit der nächsten Woche. Mit der Wider Woche. Samstag. Noch ein paar Tage. Die Gelben. Die streiten sich dort. Ich brauche jetzt. Ich brauche schon. Ampeln. Ampeln ist es. Das sind Ampels. Ampelfying. So. Also brauchen wir auf jeden Fall eine Ampel hier. Da. Und wir brauchen eine Menge Street Credibility. Oh, noch was zum Einkaufen. Aber es ist grau. Ah, warte. Ich schaffe das psychisch nicht. Raus arbeiten. Ich geschafft. Los Angeles Pendler. Ich bin Pendler. Tausend. Niemand. Look at me. Party. Oh, hier oben ist ja eine richtige Party. Was ist das? Geht. Fahrt da hin. Fahrt auch mal hier hin. Was ist denn das? Graue Lavide. Man muss ja... Du kannst doch nicht drei Parkplätze haben, ey. Der hat einfach keinen Parkplatz. Ja, da brennt's. Ja, toll. Du hast doch... Wie sollen da drunter Leute einkaufen? Wir müssen jetzt hier sparen. Ich kenne die Straßen mehr. Fahr, fahren. Ich will bauen. Es ist erst Donnerstag. Der hat nicht... Das ist unrealistisch. Er kann nicht hier... 150 Kreise machen mit nur drei Parkplätzen. Die Autos sind doch schon da. Was ist mit dir? Was ist mit hier? Ich kann nichts verbinden. Keine Straßen. Ja, da hubste. Was? Samstag. Gleich haben wir's. Leute, es ist Samstag. Das ist unrealistisch. Da müssen sie mehr Parkplätze hinmachen. Was hier für eine Wurst ist. Die Ampel mal hier rüber. Das ist ein neuer Rekord tatsächlich. Autobahn, nehm ich's. Nehm ich sie. Also wir machen hier auf jeden Fall direkt aus dem Ghetto. Da rein. So. Ihr fahrt da alle rüber. Ihr habt hier ne... Ihr habt hier ne Luxussituation. Abholen. Ja, machen wir noch mehr da dran. Das gelbe Problem... Oh, gelb ist ein Problem. Was ist denn das hier? Leute, 1.300. Leute, die Autobahn. Ich musste die Autobahn nehmen. Die Autobahn hat uns über die Woche gebracht. Keine Straßen. Das war die... Das war das Powerplay. Mehr Straßen. Mehr... Oh. Mehr Häuser brauchen wir gar nicht. Mehr Häuser ist hier ein Nachteil. Oh, hier. Guck mal bitte. Guck mal, wie ich das hier... Wie? Ey. Da fahren 150. Wieso? Das kann doch wohl nicht sein. Ich hab hier 200.000 Autos, die hier lang fahren. Nur blau, 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 blau. Wieso ist das ein Notfall? Ah. Das ist unrealistisch. Das kann doch nicht sein. Hier ist alles voll. Ich nehm das so nicht an. Wenn das zu viele... Zu wenig Porkplätze sind, nehm ich das nicht an. Guck mal hier, wie die hier porken. Die machen alles, was sie können. Ich mach das gut. Vor allem hier mach ich's gut. Autobahn. Autobahn. So. Ne? Hat jemand schon mal im Ghetto gearbeitet von euch? Ja, na klar. Hier, rein. Das wird nochmal diese... Diese ganze Situation lösen. So. Puff. Ich löse das hier alles mit Autobahn. Das ist Autobahn-Meta. So. Und hier noch? Zweier. Lösen das mit einer Autobahn. Hier. Guck mal, wie die jetzt hier lang jieten. Was ist denn... Was ist denn das hier? Was macht ihr? Ah. Das kann nicht sein. Hier leben Leute nur, um da zu arbeiten. Was ist denn das? Leute, wir haben fast 2000 Punkte. Hör auf jetzt. Es geht nicht. Bau mehr Porkplätze. Die fahren hier alle... Die fahren hier alle... Die fahren... Was macht ihr? Ihr sollt von hier oben da rein jieten. Ich mach jetzt hier noch eine Straße. Mal gucken, was dann passiert. Na klar. Noch so ein pinkes Haus. Hab nichts mehr. Ist keine Straße mehr. Ja. Du hast kein Gehirn. Das ist unrealistisch. Das ist so unrealistisch. Das... Es geht nicht. Wenn die Leute zu wenig Porkplätze bauen. Die Autos sind doch schon da. Guck mal, was der hier macht. Das ist der Oktoberfest oder was. Alle blau. Guck mal, wie die hier... Das ist schon am Limit. Das verstehe ich nicht. Ihr habt ja alle eine eigene Autobahn. Das ist kein Chaos. Es ist halt voll. Aber das Chaos wird doch der... Ich meine, der Eingang kann ja nur eine bestimmte Menge. Hier geht ein Auto rein und ein Auto raus. Jede 0,5 Sekunden. Höher geht es nicht. Das ist unrealistisch. So. War es verloren oder was? Ja, toll. Zu wenige Autos. Ja, zu wenig... Zu wenig Porkplatz. Aber trotzdem gut. Guck mal. Da wird es Challenges. Was bringt das? Meine einzige Autobahn. Beginn mit 1 Autobahn. Und es sind keine weiteren Autobahnen rüber. Rush. Alle Ziele sind viel belebter. Mach mehr Porkplätze. mówige. Was bringt das separates uns?